Langsam erwacht ein neuer Tag am Dreiländereck. Der Gipfel des Dreiländerecks bildet den geografischen Schnittpunkt von Italien, Slowenien und Österreich. Wo im Winter rauschende Skiabfahrten stattfinden, erlebst du im Sommer ein einzigartiges Wander- und Naturparadies. Wandere durch drei Länder, drei Kulturen und spüre die Einzigartigkeit dieses Ortes. Magst du es lieber komfortabler? Dann bringt dich eine moderne Dreiersesselbahn in wenigen Minuten auf den Berg. Blicke durch die mächtigen Baumwipfel hoch zum imposanten Bergpanorama und fühle dich frei wie ein Vogel. Durchquere wilde Bachläufe. Verweile bei ruhigen Gewässern und erlebe das Glücksgefühl, das du bei Freunden im Naturerlebnis Dreiländereck verspürst. Bei einer der vielen Veranstaltungen wirst du Teil der vor Ort gepflogenen Lebensart. Stärke dich bei einer typischen Kärtner-Jause mit bäuerlichen Produkten aus der Umgebung oder genieße die handgemachten traditionellen Kärtner-Nudeln. Wenn du dich am Berg mit mediterranen Köstlichkeiten aus dem Meer verwöhnen lässt, weißt du, dass du an einem ganz besonderen Ort bist. Der Anblick der julischen Alpen und Karawanken erfrischt deine Seele. Der warme Sommerwind lässt den Schnee schmelzen und die Pisten des Dreiländerecks in einem bunten Blumenmeer erstrahlen. Dann kehrt Ruhe einen Berg. Einfach nie in Ruhe. Lass dich auf dieses ganz besondere Wander- und Naturerlebnis am Dreiländereck in Arnoldstein ein. Bist du bereit? Wir freuen uns auf dich! Go für's! Gamer Wind Go für's! Go für's! Go f Perhaps! Infell